Hallo, ich bin Elisabeth Johanna Koch, ich bin Dozentin an den Paracelsusschulen und freue mich euch heute mein Seminar Tierpsychologie Katze vorzustellen. Katzen sind mehr als nur individuelle Wesen. Sie haben eher bei uns Menschen so den Ruf im Gegensatz zum Hund. Sie sind die Individualisten, lass sie ganz einfach in Ruhe und erfreue dich, wenn sie zum Schmusen kommen und es keine Probleme gibt. Der Inhalt dieses Kurses Tierpsychologie Katze ist es zum einen, dass wir viel viel mehr Wissenswertes über Katzen generell erfahren, über ihr wie handeln sie, wie denken sie, wie ticken sie, leben sie gerne in größeren Verbunden zusammen oder nicht zum Beispiel und zum anderen beschäftigen wir uns damit, wie ticken sie bewusst, wie unterbewusst, was sind Ursachen für mögliche Ängste, Phobien, Probleme und wie kann ich diese dann auch beginnen zu verändern, sodass im Miteinander wieder Ruhe und Frieden herrscht. Die Zielgruppe, an wen richtet sich das Seminar? Ich freue mich über alle Katzenliebhaber, über alle die Katzen besitzen, die Katzen züchten, die eine Katze wollen oder auch für die Teilnehmer, die mit Katzen arbeiten, für Katzen arbeiten und ich selbst gebe diese Seminare seit 2002, seit 2005 auf meinem eigenen Hof, auf dem derzeit zwei Katzen leben und ich freue mich, sollten wir uns demnächst dann an der Paracelsus-Schule zu dem Kurs Tierpsychologie Katze kennenlernen, viel Spaß miteinander haben, während wir viel Wissenswertes natürlich dann auch miteinander erfahren. Ich danke euch, bis dann, eure Elisabeth Johanna Koch.